Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Karte Irgendwo in Thüringen. Wir ernten immer noch auf Viertel 60. Etwas chaosmäßig. Ich weiß gerade nicht genau, ob jetzt davor es so klappt. Der Abfahrer ist auch unterwegs. Ob der verschiedene Kurse hat, ich weiß gar nicht. Gut, da bist du verkehrt. Ich weiß es. Wir werden mal kurz kurz den Kost löschen. Dann gucken wir mal. Dünn, Dünn, Ernte, Feld. Rechtszug. Und da ist der verkehrte. Machen wir aus. Gehen wir auf den zweiten. C, gut. Der fährt richtig. Kurv machen lassen, zurück, die Erntefeld 60 werden wir mal löschen, den Bier speichern wir laden mal ab, 60, einstellen, lassen, Junge, jetzt muss er arbeiten was die Aktion eben sollte, weiß ich nicht, na gut, gehen wir auf den roten dazu gehen wir auf Kurs laden, Erntefeld 60 warum hat er jetzt nicht angezeigt ich bin etwas irritiert es geht 40, ein bisschen verkehrt lan, Endefeld 60 so Der Band ist gut, das klappt jetzt. Hat der vorher andere Kurse gehabt? Könnte das sein? Ich fließe es mal nicht aus. Chaos. Naja, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Das war heute auch in einer Woche Sonntag. Die Leute, 19 Uhr. Das klappt schon mal. Hat unser Giftfuzzi. Der Giftfuzzi. Gut, der hat einen Vorsprung, der ist auch ganz gut so vielleicht. Baumfräse. Wir wollen mal gucken, was der überhaupt gemacht hat. Das ist ja irgendwie total klar. Der ist fertig. Gut, den Rest da oben lassen wir. Gut, garantiert teurer Spaß bei dir. Woher können wir die Ecke noch mitmachen? Da wir eh da in der Ecke noch sind. So, wir wollen mal schauen, wo das genau ist. Das ist genau vor der Ecke. Vor der Nase. Aber wundervoll funktioniert das. Nur darfst du nicht laden und speichern. Das ist dann, mag er nicht. Hier muss noch Unkraut sein, irgendwo. Ach, da. Wie hast du auch so gesehen? Ein kleines grünen Pflänzchen in der Mitte. Und die müssen weg. Und dann ist das auch erledigt. So. Entschuldigung. Erledigt. Aber ich finde das schön mit dem Gras hier. Das ist einfach top. Später, wenn wir die Kurve fahren, bleibt nichts brach liegen. Wächst Gras und gut ist. Jetzt können wir den zurückfahren. Ja, waschen. Hier müssen wir um die Erde kommen. Nicht all nichts. Hier fahren wir den mal raus. Obwohl das hier auch nicht egal wäre. Ist ja eh pflegebereiflich. Aber wir haben noch ein LKW da. Können wir bitte helfen. Das schwarze wird entladen. Wo ist der Haube? Da vorne. Gut, der entladen. Klappt. Aber der Strom werden wir ja nicht verkaufen. Die Mühe machen wir uns nicht. 70 Euro die Die Tonne ist auch nix. Oder 100 Liter. Das ist ja Verarschung. Können wir einen großen Haufen lieber anstecken. Ist ja anders vor. Hört sich gut aus. Ich glaube mal eine XXL Folge. Dass wir die Ernte schaffen. Haben wir mal sehen. Viel kann da nicht fehlen. Tempomat. Leer. Leer ist leer, ne? Wenn mein Inspektormob nicht geht. Weiß ich auch nicht. Normalerweise geht er. So, wie voll ist der Bruder? Aber da fährt auch so eine Frucht rein. Dann kann man nicht einhalten. Dann fahren wir den mal ein bisschen außerhalb. Die Intelligenz. Das Kurs des Fahrers ist begrenzt. Ja, der macht. Eti, bt. Also der Mod hier. Gern nicht, nicht eingesteckt, ist auch noch, aber ist eh voll, die ist ja nicht eingesteckt. Hier, hätte er sich aufgefahren, ach gibt es doch gar nicht. Wo ist der Allrad-Einstellung? Ja gut, was solls. Wenn man wieder Müll bekommt, hat das irgendwie Alarmzeichen. Ach hier, Programm für Treiberaktualisierung, hat er keine gefunden. Den füllen wir gleich auf, dann wird er auch gleich erledigt. Das ist reparaturbedürftig, alle drei Teile, sogar Gewicht. Ich weiß gar nicht, wie so ein Gewicht eigentlich kaputt geht. Das ist mir Flyerhaft. So. Unsere Lahn wären. Rote nicht. Boah. Aber das geht nicht. LKW, wo die kamen. Wo ist der Atta? Der LKW, wo ist denn mein schwarzer Rösche? Platz gemacht. Platz gemacht. Bist unterwegs. Ja gut, was solls. Kommen wir durch. haben wir es wieder so viel 1, 2, 3, 4 Fahrzeuge, 2, 3 Anhänger, Getreide und ich das koste Power da rote ist was voll, da wird er gleich abgeladen da hat sich gut aus da tanken wir noch voll gemacht mit dem Gift da kommen wir ja schön arbeiten also abfahren das klappt jetzt klappt die ich weiß gar nicht wieso ich da vorne was gemacht habe oder habe ich zwei verschiedene Kurse berechnen lassen kann natürlich auch gewesen sein da fahren wir gerade aus, da gibt es eine Lücke hat ja einer mal eine Lücke gemacht durchdrehende Reifen ist mir eine ganz gute Meldung, das ist immer irerführend versteht nicht so gut das geht dann noch ein bisschen zum Radfahren was kriegen wir eigentlich für Weizen im Verkauf also fast fertig was gibt es eigentlich für Weizen das ist eigentlich für Weizen und ich bin mir ich bin mir wir mal in der in der in der in der in der in der milch 2000 die lage bgh 0 ach das ist jetzt ein neuer mod dann mal gucken finanzen muss ja heute anders gehen mit kostenfahrzeuge haben wir keine kauftes holz einnahmen bgh bis jetzt 251 lohnzahlung sonstiges sonstiges unkauferlich durch mittel und jetzt klinge dieses kostenfahrzeuge neue fahrzeuge die zusammen so glück keine noch nicht schau noch lecklinge da können wir hier näher mit der haus abbeginn hafer zum beispiel hatte ich gesagt der rote ist nicht voll fantastik hin der wird zum roten dann fahren wir zum sporten das wird interessant für der rote der fährt automatik das temperiert die waren weit noch fertig ich habe mich vorgedrängelt ich lasse noch ein bisschen was das programm da nicht durcheinander kommt um den roten kümmern weil der roter machige probleme gleich ganz woanders weg ist ja die reine überspringen schauen wir mal was er macht er macht es aber richtig wahnsinn ja das sieht gut aus aber wir werden hoffentlich in folge das soll es für heute gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich freuen nimm mal ein like oder auch gerne mein abo ansonsten heute umsicht man sich zur nächsten folge und ich sage schonmal danke für alles goodbye auf wiedersehen tschau